Okay, also, beim letzten Mal haben wir jetzt hier eben die Form unserer Insel erstellt und sind jetzt erstmal soweit zufrieden. Jetzt wollen wir aber natürlich auch noch ein bisschen Stein und Sand und was auch immer reinbringen. Und da kommt jetzt was Neues ins Spiel. Und zwar haben wir hier oben einmal so ein Spraypaint und einen Stift. Der Stift, der malt perfekt auch rund. Ich kann hier mal unten auf Terrain klicken und mir Sand aussuchen. Und wenn ich jetzt hier hinklicke, dann kriegen wir immer einen perfekten runden Klecks Sand. Also, weil wir hier den Brush ausgewählt haben. Wenn ich jetzt, genau, einen anderen Brush nehme, dann ist das hier ein kleinerer. Wenn ich hier so ein großes Viereck nehme, dann ist das das Viereck. Der Airbrush oder Spraypaint dagegen, wenn ich da jetzt mal den kleinen runden nehme, gibt es da jetzt noch das Viereck drin. Aber ihr seht den Effekt. Dann versprüht er die Farbe pixelartig und macht so einen Übergang. Was an manchen Stellen vielleicht ein bisschen komisch aussieht, aber gerade beim verschneiten Berg ist das Ganze nicht unpraktisch. Übrigens Speichern, Steuern S. Kann ab und zu nicht schaden. Filename ist dann schon drin. Wir machen Files of Type oder Painter Files. Ja, das ist gut. Und sucht euch eben einen Ort. Ich habe meinen Welten. Ich habe hier schon mal ein Test tutorial gemacht. Da seht ihr es genau. Ich habe meinen Weltenverzeichnis von meinem PC und dann kann ich hier einfach mal speichern. Files saved. Okay. Gut. Wir wollen jetzt ein bisschen Sand erstmal an die Küsten machen. Und beziehungsweise als allererstes machen wir mal Keys ins Meer, weil das ist immer mehr. Und da suchen wir hier unten links einfach mal Gravel. Gravel. So. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Da sind auch Rock, a mix of Stone and Cobblestone. Es gibt Mischungen hier unten. Hier zum Beispiel Desert, Sand und hier und da ein Kaktus oder ein Toter Busch. Und so weiter. Also das ist gar nicht schlecht, das nicht mal anzugucken. Da müsst ihr euch ein bisschen umschauen. Genau. Ich habe aber jetzt den Gravel genommen. Und damit ich jetzt nicht hier die ganze Küste entlang vorsichtig malen muss, Warte, ich nehme hier mal direkt den größten, härtesten Brush. So. Die ganze Küste entlang malen muss, was mich sehr nerven würde. Mach ich es mir einfach. Und guck mal hier unten rechts. Hier gibt es jetzt Optionen. Und ich gehe zur Auswahl auf, also at or below, heißt auf Deutsch, auf der Höhe oder darunter. Und gebe jetzt die Höhe 62, weil das ist unsere Wasserhöhe ein. Das heißt, ich kann jetzt nur noch auf der Höhe 60, äh 62 oder darunter malen. Und ihr seht, ich kann jetzt, das hier ist die Höhe 62, direkt da wo das Wasser ist. Wo habe ich denn jetzt gerade gemalt? Hier oben. Und sobald wir nach oben gehen, über die Höhe 62, kann ich nicht mehr malen. So. Das ist gut. Jetzt mache ich mal einen ganz großen Brush und mache den ganzen Ozean voller Kies. So. Gut. Das hätten wir. Jetzt wollen wir aber ja keine Kiesstrände, sondern noch ein bisschen Sandstrände. Das heißt, wir können mal sagen, wir wollen auf der Höhe 62 oder darunter, aber trotzdem auf der Höhe 58 und darüber. Das heißt, unser Kies oder unser Sandstrand wird jetzt immer zwischen den Blöcken 58 auf der Höhe und 62 auf der Höhe sein. Jetzt wähle ich hier mal Sand. Ja, nur Sand aus. Jetzt suche ich mir Stellen, wo ich gerne einen Sandstrand hätte, hier zum Beispiel, und mal mal so entlang. Und hätten wir jetzt kein Wasser, ich nehme mal den Schwamm und drücke hier hin, dann seht ihr, unser Sand ist nur bis zur Höhe 58, fängt da an und geht bis zur Höhe 62. Okay, ich mache mein Wasser wieder hin. So. Der Schwamm hier, mit dem könnt ihr Wasser wegmachen, was dann aber im Ozean sehr merkwürdig wäre. Deshalb lasse ich das lieber. Genau. Ich nehme mir wieder den Pinsel und meine Sandeinstellung habe ich hier unten. Ah ne, den muss ich wieder anhaken, weil ich das Werkzeug gewechselt habe und kann jetzt hier... Jetzt bin ich wieder auf dem Schwamm. So. Nicht spinnen, Programm. Okay. Jetzt kann ich hier wieder Sandstrand malen. Gerade bei solchen kleinen Pfützen immer schön Sand hin. Also Sandstrand muss ja nicht zwangsläufig überall um so eine Insel sein. Auf so kleinen Inseln finde ich sieht es gut aus oder gerade hier, wenn es so ein größerer Strand ist. Aber hier, wo die Berge sind, finde ich reicht es auch mal, wenn da ab und zu ein kleines Stück Sand ist. Und die steilen Berge, die sind ja eh nicht sandig oder so, sondern da geht es ja immer ziemlich steinig runter. Da. Genau. Kleine Insel. Auch schnell noch Sandeck. Hier innen drin auch. Gut. Soweit. Strände. Da. Sehr gut. Jetzt wollen wir unsere Berge natürlich auch noch voll mit Felsen. Ich will mir hierfür jetzt Rock aus. Das ist eine Mischung aus Cobblestone und Stein. Und ich könnte natürlich jetzt anfangen und... Oh, ich muss mal hier kurz die Haken ausmachen. Ähm, anfangen die Berge einfach steinig zu malen. Und gucke mir das dann mal in der 3D-View an. Ist okay. Kann man mögen. Ich mache das Ganze anders. Und zwar gehe ich wieder hier runter. Und kann jetzt... Die Brush-Settings sind hier ein bisschen eingekrutscht. Ich muss das hier mal hochziehen. Da hat das Programm wohl noch einen kleinen... einen kleinen... Bug, sage ich mal. Und zwar kann ich hier unten im Menü nicht mehr scrollen, weil das Menü zu groß geworden ist. Ich mache das Ganze jetzt so. Ich drücke mal hier oben drauf. Und dann löst es das Menü los. Und schiebt es daneben. Kann ich das hier dann? Oh ja, guck mal. Jetzt habe ich sogar beide nebeneinander. Die Brush-Settings in und die Brushes außen. Kann man sich hier zusammenbasteln, wenn man das braucht. Und jetzt haben wir hier nämlich noch ein paar mehr Möglichkeiten. Also ein paar mehr Funktionen sichtbar. Und zwar haben wir nicht nur auf der Höhe von 58 und da drüber und 62 und da drunter. Sondern wir haben auch noch Only On und was auch immer das dann ist. Da kann man Material wahrscheinlich eingeben oder so. Und jetzt haben wir hier unten noch Above und Below Degrees. Und Degrees sind Grad, also die Steilheit von einem Berg. Wenn ihr 45 Grad nehmt, dann ist das genau ein bestimmter Steilheitsgrad. Wir können es einfach mal ausprobieren. Wir sagen, wir wollen alles was steiler ist als 45 Grad zu Stein haben. Und malen hier jetzt mal drüber. Und ihr seht, es funktioniert schon mal perfekt. Er macht unseren Berg schön steinig. Gut. Wir können aber sagen, hm, ich will... Warte, wir gucken uns das mal erst in 3D an. Ich will weniger Stein. Dann sagen wir, wir nehmen einen kleineren Winkel. Machen hier mal STRG Z, dass der Stein wieder weg ist. Und malen nochmal drüber. Ach Quatsch. Jetzt habe ich es genau falsch rum erklärt. Und zwar mache ich hier mal wieder STRG Z, so, so, so. Jetzt wird es nämlich mehr Stein. Weil ich den Winkel runter gestellt habe. Wenn ich den Winkel hoch stelle, ist das Ganze steiler. Ich mache mal 60. Und jetzt wird er nur noch weniger Stein hinmalen. So. Und hier an den Stellen kaum noch. Wo ich eigentlich auch keinen Stein will. Das ist jetzt vielleicht für die Berge noch ein bisschen wenig. Ich gucke es mir mal an. Hm, es geht. Es geht eigentlich. Ich gehe mal hier wieder hin und sage aber 55, weil ich will doch noch ein bisschen mehr Stein. Ich will mir oben den Pinsel aus. Hier habe ich Rock. Und kann jetzt nochmal. hier nochmal ein bisschen mehr Stein dazu malen. Gut. Okay. Was wir auch noch wollen ist Schnee. Und zwar sagen wir jetzt alles was flacher als 50 Grad ist und höher als 150. Wir fangen mal ziemlich hoch an. Soll Deep Snow werden. Aber wir wollen nicht perfekt alles Deep Snow. Sonst ist da so eine glatte Linie. Sondern wir nehmen mal Spray Paint. So. Ihr seht es passiert überhaupt nichts. Wir können hier mal auf den höchsten Berg halten und unten ablesen. Die Höhe ist 131. Das heißt ich kann mal hier hingehen und sagen 120 und alles drüber soll Schnee werden. Jetzt können wir hier mal schon anfangen bisschen Schnee zu malen. So. 3D-Ansicht. Ja. Das sieht auch cool aus. Wir können noch so ein bisschen die... Jetzt mache ich mal den Haken für darüber aus und können das Ganze hier noch so ein bisschen runter wandern lassen. An entscheidenden Stellen. So. Weil sonst ist da so eine gerade Linie. Das finde ich dann auch irgendwie komisch. Okay. Jetzt wollen wir die Insel natürlich noch bewalten und mit Dioben versehen. Und da kommt was neues ins Spiel. Und zwar haben wir hier einmal Biomes und es gibt hier Layers. Das dürft ihr nicht verwechseln. Es gibt zum Beispiel gibt es hier Jungle. Und dann kann ich anfangen Dschungel zu malen. Ich scroll mal hier hin und mal hier einen Dschungel. So. Das Problem ist, dieses Programm hat seine eigenen Bäume für Decidius und für Pine hat seine eigene Art von Bäumen. Das heißt, wenn ihr das so malt, dann sind da so dreieckige Bäume. Ich kann es euch... Ich blende mal ein Screenshot ein. Wir wollen aber erstmal nur Biome malen. Und zwar nehme ich mal hier Mountains. Können wir zum Beispiel mal hier drüber malen. Das sieht man jetzt kaum. Dann malt man hier gerade das Biome. Und das ist dann tatsächlich das, was ihr... Also wenn ihr Blätter in der Wüste baut zum Beispiel, sind die ja braun. Wenn ich jetzt hier Desert hinziehen würde und dann Wald machen würde, dann wären die Blätter überall braun. Genau. Das bedeuten diese Biome eben. Aber wir haben jetzt da noch nicht irgendwie Bäume gesetzt. Auch wenn ich jetzt hier Wald auswähle, dann setze ich jetzt noch keine Bäume, sondern mache eben nur ein Waldbiom. Und kann das hier jetzt mal entlangmalen. Weil Wald hat ein saftigeres Grün als Steppe. Und deshalb mache ich gern Waldbiom eben für Bäume. Und da, wo ich dann eine Steppe habe oder den Übergang zur Steppe, da lasse ich dann Platz für das Steppenbiom. Zum Beispiel können wir sagen, hier oben der Bereich soll trockener werden. Gut. Also der Bereich da oben lassen wir Planks. So. Ist es ja schon. Gut. Okay. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe das ganze Biom nur unter 50 Grad gemalt. Das heißt, alle Steinflächen haben jetzt kein Biom. Das war nicht zu klug. Ich kopiere das mal ganz kurz. Indem ich einfach mit Mountains nochmal über die Berge gehe. Und jetzt seht ihr auch wieder. Stein nicht mehr sichtbar ist. Und mit Forest kann ich hier mal noch die Küste lang gehen. Und dann wird das ganze viel besser. Gut. Jetzt wollen wir aber auch Bäume.